Ja, hallo? Ja, wo bist denn du? Ich bin da. Was ist mit dem Fax los? Wieso? Ja, zuerst habe ich dich gemailt, wegen dem nächsten Mittag. Aber das Mail ist irgendwie nicht raus. Darum habe ich es ausgedrückt und dir als Fax geschickt. Hast du mir einen Fax geschickt? Ja, wegen dem Mittag. Ich habe dir geschrieben, es gebe ich mir am nächsten Mittag nicht. Ich bin aber im Altersturm. Und das ist nur am Mittag und da darf ich nicht fehlen, weil ich bin die Jüngste und muss die Übungen immer vormachen. Aber du hast nicht geantwortet, warum nicht? Ja, ich hätte schon geantwortet, wenn ich den Fax bekommen hätte, aber der ist wahrscheinlich nicht durchgegangen, weil ich habe ihn eben abgestellt. Dann sagt er ganz automatisch, dass der Teilnehmer nicht antworten kann. Ja, abgestellt wegen was? Wegen der Spitex. Der Fax? Also wegen der Frau Huber, die kommt von der Spitex. Aber das letzte Mal, was ich bei mir in der Stube am Abstrauber war, da kam ein Fax rein, da ist sie so verschrocken, dass sie gleich nach Hause ist. Also das ist doch blöd. Wieso sagt dein Fax, dass der Teilnehmer nicht antwortet? Wieso sagt der nicht, der Fax ist abgestellt? Heute könnte ich reden doch alles. Wieso kann der nicht sagen, wie es wirklich ist? Weiss er jetzt auch nicht. Jedenfalls habe ich den Fax nicht bekommen. Ja, ich habe es gleich gefordert. Ich habe gemailt, aber du hast auch nicht reagiert. Dann ist das Mail bei dir raus. Bei Cent musst du schauen, ob es raus ist. Wie? Bei Cent musst du auf Cent drücken. Also raus sollte es sein. Aber nachdem du aus jemanden überkommst, ist es vielleicht immer noch drin. Darum habe ich sicherheitshalber alle sie auch noch gefaxen. Aber der Teilnehmer hat nicht... Wer ist überhaupt der Teilnehmer? Ich? Ich habe den Fax doch abgestellt gehabt. Warum stellst du ihn denn ab? Wegen der Frau Huber, das ist jetzt gleich. Jedenfalls habe ich bis jetzt immer noch keinen Bescheid von dir wegen nächstem Ending. Ich bin im Altersturnen, das habe ich dir doch ausgedrückt. Dann kannst du es noch einmal faxen. Sicherheitshalber. Ich stelle ihn nachher wieder an. Ja und der Teilnehmer nimmt ihn jetzt teil. Er muss doch, wenn er angestellt ist. Er ist überhaupt der Teilnehmer. Ich natürlich, ich. Auch nicht der Fax. Der Fax nimmt auch teil, aber natürlich nur, wenn er angestellt ist. Eben. Also ich stelle ihn wieder an. Ja, es ist bald Zeit. Er muss doch arbeiten können als Angestellter. Also tschüss. Ich danke dir jetzt zu gehen, Faxe. Das reicht mir dann, wenn wir nicht mehr telefonieren können. Ja? 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 Ja?